Hallo Laura, hier ist die Christine Theis und ich wünsche dir alles erdenklich Gute zu deinem Geburtstag. Ich hoffe, du wirst richtig schön gefeiert heute und vor allem wünsche ich dir aber, dass du weiterhin viel Spaß beim Kickboxen hast und dass dir dieser Sport das schenkt, was er mir geschenkt hat, nämlich unglaublich viel Selbstbewusstsein, die Kraft, den Alltag noch besser zu meistern und wahr sich viele schöne Begegnungen mit Menschen, die diesen Sport ebenfalls lieben. Genau das wünsche ich dir und ich bin aber nicht alleine, ich habe noch andere Gratulanten hier. Schau mal her, Osito, gratuliere Laura mal zum Geburtstag. Er ist etwas kamerascheu. Also, Osito, gratuliert ihr zum Geburtstag. Wir haben aber noch jemanden, der Hermes, gratuliert ihr auch zum Geburtstag. Hermes, gratulierst du? Ja, genau. Und wir haben noch jemanden, der dir zum Geburtstag gratuliert. Bleib mal stehen. Gratuliere mal der Laura zum Geburtstag. Hallo Laura. Also, wir vier wünschen dir einen fantastischen Tag. Lass dich feiern und viel Spaß beim Kickboxen.